Willkommen auf dem Battleground. Wir sind hier jetzt auf einer der Homebases und zeigen euch in einer groben Übersicht die Spieler und dann auch den Transport zur sogenannten Front. Also seid gespannt und bleibt dran. Ganz schön viele Leute. Also ich habe keine Ahnung wie viel es insgesamt sind, aber die Sache wird dadurch sehr interessant. Ich bin persönlich schon extrem gespannt. Für mich heißt es sehr viel Rennen, Schwitzen und Clou, aber es wird hier jeden so gehen. Wir erwarten natürlich heute auch sehr gutes Wetter mit sehr viel Sonne und mal sehen wie es abgeht. Von der Homebase ging es dann mit einem ganz normalen Personentransportbus, der auch in Berlin und Brandenburg fährt, auf zum Battleground. Also direkt zur Front. An Bord herrschte gute Laune, doch ich komme auf die Idee, noch etwas mehr Laune in die zur Seite zu bringen. Ah ja, eine Busfahrt. Die ist lustig. Oh, guck mal auf das. Oh, ey, weiter durch. Das ist gut. Gleich geht es los, wir sind schon in der Nähe, das ist sicherlich sehr interessant. Na ja, Brand einleiten. Und hier Monat geht es auch bei mir. Wir sind bei der HKL angekommen. Nun sammeln sich die Spieler langsam und es geht in eine letzte Besprechung und auf ins Gefecht. Das war's nun, bis dahin euer PIN. Cheers! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR